Ja, es geht weiter bei Donkey Kong. Klavers Kiosk. Wir haben jetzt alles gesammelt, alles. Wir können jetzt 75 Bonus-Münzen... Was war das? Keine Ahnung. Wir können da jetzt rein und voll die Action machen. 15 Crem Coins! Ja. So wie im Kämpfen? Na, ja, dann weißt du, mach mal, wir haben noch nie gezeigt, was passiert. War ja zu spät! Egal. Egal, aber nächstes Mal. Jungle Jinx, das erste. Mhm. Ja, machen wir jetzt einfach, ne? Ja, ja, klar. Wir können ja, wir können uns ja nicht davon drücken. Wisst ihr was? Oh! Bananen. Das ist schon mal gut. Ich hab schon wieder Legs. Echt? Ja. Das ist nicht gut. Na, die gehen schon weg. Oh. Nein, jetzt. Ach, so ich. Das läuft alles nach Plan. Das sieht ja doch nicht sehr schwer aus. Hier gibt's auch nur Donkey Kong-Münzen, oder? War das so? Keine Ahnung. Bonusfässer, glaub ich nicht. Oder in den Bonusfässern gab's da irgendwie Comments. So. Ich muss das nicht einsammeln? Nee. Oh, what? Ach, das stirbt, man. Ja, ich hab auch nicht damit gefechnet. Wo sind die? Ein bisschen mehr Risiko, muss man hier eigentlich. Oh mein. Ja, ich hab keine gesammelt. Ja, ich hab keine gesammelt. Ja. Ich hab keine gesammelt. Nein, ich hab keine gesammelt. Oh mein Gott. Ich hab keine gesammelt. Ich hab keine gesammelt. Ich zeige den Leuten, dann... Ey, dann werden die wütend, ne? Dann hassen die mich, ey. Boah, ich hole die Münze! Münzen, oh! Bei mir läuft's flüssig. Boah, ich dab, ey, ich kann doch einfach nicht rollen, ey. Ja, echt? Ja gut, warte, ich mach'n kurzen Schnitt. Okay, es geht weiter, wir hoffen mal jetzt ohne Legs. Ich hoffe... Nein, die gehören dazu. Ich hab' jetzt mal die FPS hochgestellt, ja, ich hab' immer noch... Ey, ich hab' immer noch nix, aber egal, ey. Jetzt spielen wir einfach, das Bild regelt sich ja wieder. Ich glaube, das liegt bestimmt am Level. Das liegt am Level an den Reifen. Das sind einfach so fette Mega-Objekte, diese Reifen, und dann ruckelt man ganzer Bildschirm. Komm her, komm her. So, wollen wir das sehen. Ah, ist doch easy, guck mal. Ja, eigentlich, ich finde das jetzt auch nicht so, von der Schwierigkeit her scheint das Level jetzt moderat zu sein. Modesaat? Ja. Schon wieder der gleiche Müll wie gerade? Du hast mich aufgelenkt mit deinem Modesaat, ey. Ja, das sagt man so. Ja, seit wann sagst DU das, ey. Ja, wie, das ist doch ein normales Wort, das hab' ich schon... Ich hab' das zum ersten Mal moderat gehört. Ha, 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 ha. Ja, komm. Oh, leck. So. Oh, wie viele Affen da unten schon liegen, ey. Totenschädel. Hast du so einen Affenschädel? Ja, sicher. Die ganzen Verwandten von Donkey und so. Die Eltern. Kendi. Kendi, genau, die fehlt ja. Ich schweiß drauf! Ach, schade. Das ruckelt einfach durch diese Reifen bei mir. So ü... Ich hab' einfach... Ich kann nix machen! Ich hab' solche scheiß Legs! Siehst du im fertigen Video, dieses Level ist unschaffbar für mich. Vielleicht solltest du den Server öffnen. Nein, daran ist das nicht. Okay, dann... Sonst ging das ja auch immer. Das stimmt allerdings. Und das liegt jetzt einfach an der Tatsache, dass diese Reifen einfach zu viele bewegliche Objekte sind für mich. Sonst machen wir gleich einfach ein anderes. Ja, genau. Machen wir einfach erstmal ein anderes und dann gucken wir mal bei dem Level, wie ich das dann löse. Guck mal, jetzt habe ich keine Legs. Ich habe jetzt hier an der Stelle keine Legs, ja? Sobald dieser Reifen da ist, dann spackt das ganze Spiel ab. Ach, krass. Boah, fuck. So machen die so scheiß Geräusche, weißt du, die beugen da nicht mal rum. Boah! Das geht nicht. Doch, das geht. Guck jetzt. Oh, knapp. Hier ist noch was von dem Schokohasen, wenn du trugst. So, ganz locker hier. Oh, shit. Lebe! Lebe! Äh, Mann, ich gebe ober da durch. Na komm, wir probieren gleich ein anderes. Ja, nach dem, gebe ober. Jo, ist ja jetzt gleich. Außer ich schaff's das jetzt. Jetzt schaffen wir's. Das haben wir schon oft gesagt, das weiß ich. Boah, dieses Level! Übel. Ich weiß, weil ich auch dieses... Irgendwas habe ich doch deaktiviert, außer dem, als ich auf dem Neuen drücksehe. Was passiert jetzt? Ja, das kann sein. Oh. Oh, jetzt geht's. Ich habe außerdem, äh, irgendeinen Sound disabled. Ne, okay, es geht doch nicht. Das spackt einfach. Ne, ne, ne. Boah, ey, das sind die Reifen. Die Reifen des Todes. Ja, diese Reifen bringen einen einfach... Ah, das war klug. Ne, ne, ne. So. Was haben wir denn hier unten? Ach, hier waren diese... Boah! Die haben uns aber genatzt, ey, so viele. Vier Stücke. Bibi, das ist ein guter Einstand. Das kennen wir ja schon gut hier. Geil. Geil. Geil, ich hab schon keinen Bock mehr. Ja, echt, ey. So, um 80% grad mal. Höh? Höh? Das ist der Fallschirm. Wie, das ist der Fallschirm? Sag mal in den Safe State. Ich hab' nicht abgespeichert, das ist es genau. Ach so. Ja, dann besuchen wir jetzt Bananenmünzen. Ja, richtig. Das ist ja richtig. Dürr. Ja, wo kriegen wir denn jetzt welche? Ich weiß nicht. Beim Boss! Hatte der welche? Ja, aber das ist scheiße. Ja, gucken wir einfach hier nach. Ja. Guck mal, wer findet mir das? Ja, hoffentlich. Ansonsten wär's nicht so gut. Dann sind wir gefangen. Gefangen in der Lava-Welt. Da ist bestimmt einer drin. Meinst du? Yeah. Neu Start. Meinst du? Ja. Ich weiß nicht, ob du da schnell noch eine findet. Ja, vielleicht hier. Ist ja das eine drin. Yes! Kanoni. Kaneloni, ja komm. Ja, ich muss jetzt noch mal, Herr Gein. Ich kann nur 15 Minuten Parts hochladen. Durch einen bestimmten Grund. Wie, echt? Ja. Fängt das bei dir jetzt auch an, oder was? Ja, wir wurden doch wegen dubiosen Urheberrechts zwei letzten Videos gespielt. Dadurch kann ich ja nur 15 Minuten. Verwur. Richtig. Man kann sich ja auch anstellen. Ja, jetzt können wir erstmal speichern, aber wir brauchen noch mindestens zu fliegen. Ja, wir fliegen jetzt erstmal, oder? Ah, okay. Ja, mach auch das. Bing, bing. Free. Ja, ja. Er ist voll gnädig. Er ist echt gnädig. Hier? Ja, genau. Quenquen. Nur Dixi-Köpfe. Soll ich jetzt nur hier speichern? Ja, speichern wir da und dann gehen wir da in die bullse Welt. Alter! So. Ich weiß nicht mehr wie lange ich da noch aufnehmen kann. Dann machen wir einfach mal einen Schnitt gleich. Ja, wir gucken uns jetzt die Welt mal an. Na genau. Keine 15 Minuten. Ne, was gibt's dann keine 30 Minuten Parts mehr? Das ist schon mal gut. Oh nein! Nein, was heißt? Der hat mich gelinkt, der Affe. Ja, ich. Du solltest da sein blickender Zahn, ey. Ich weiß. Das ist die Spielsucht. Black-Eyes-Battle. Fingern, hört sich schon gut an, ey. Das sieht doch ganz easy aus. Mhm. Ah, ihr Schnappis. Bis jetzt, oder? Joa. Wow. Oh, der will übern Aas. Wow! Ah, das sind so noch die Käfers. What the? Hacken, Mann! Wow! Mann! Was haben wir denn hier? Wir sind da hinten auf der anderen Seite, ey. Ey, da springt die doch so hoch! Machen wir mal kurz einen Schnitt hier an der Stelle. Okay. Hh, woh-... Ich bin mal kurz, Guys Pedrick, Ich bin mal kurz.